Ja, ich habe hier eine Amaryllis-Blüte, die eigentlich ist ja eine Dolbe mit vier Blüten. Wunderschön, die ist zehn Jahre alt, die Zwiebel, und blühte das erste Mal, natürlich selber aus dem gekauften Ableger, also wie gesagt, zehn Jahre hat es gedauert, bis diese Zwiebel geblüht hat. Ist schon, aber hier sieht man die Verblühte. Die Verblühte Die Verblühte